Prozent mein Gott freunde wir kommen zu einer der mit mir dem Timo guten Tag aber dann läuft auch wirklich denn ich habe gerade hier eine geschlagene dreiviertelstunde gespielt hat die Essensfarm automatisiert zu in der Richtung ja und dann stelle ich ja heraus ich habe die falsche Schasse getökt und ich habe nicht aufgenommen ja ich weiß ich bin Held habe ich habe ich natürlich mal wieder für toll gemacht er ist voll alle war eh nur so langweilig aber trotzdem vielleicht hätten es einige von euch ja gerne gesehen ich sage euch ja du ist langweilig an die immer noch von mir nicht angeguckt wenn ich ehrlich bin wenn ich ehrlich bin ich hätte mir so eine Folge nicht angeguckt und weil der hätte gespult bis ich bekloppt würde ne aber naja vor allem hat der liebe back uns gestattet so dass wir keine Holzwerkzeuge mehr kaufen können den back finde ich ja hammernice das wisst ihr ja und ja so ist es halt ihr kennt mich ja ich habe ja noch hier die ganzen setzlinge da wollte ich ja mal gucken ich brauche erde ja da habe ich halt ein ich habe die ganzen noch nicht mit energie versorgt weil das weil das einfach zu viel arbeit wäre gut genau die erde brauchen wir nicht die brauchen wir die hier nicht ne genau die hier allerdings und die müssten wir eigentlich auch brauchen genau 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 gut mit es ein bisschen schöner aussieht komm tue ich die hier hin ok 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 gut genau also wir stellen fest ich habe zu wenig erde ne genau ich habe eindeutig zu wenig erde Apfelwein uh das ist gut gut na habe ich jetzt so ein bisschen was in Sachen essen dabei ne ne ja der Brombeersaft macht auch ordentlich das ist so also also mir fehlt erde ok muss ich halt mal gucken wie viel ich dann da brauche für die baumfarben ne ich brauche auf jeden Fall ein bisschen was hätte ich jetzt mal so gesagt das mhm gut letztendlich Bananenbaum dann brauche ich noch Knochenmehl Knochenmehl da haben wir hier auch äh haben wir hier auch ein bisschen was ne gut haben wir Bananenbaum mhm dann haben wir einen Birnenbaum ja 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 kann ich sehen lassen ne dann haben wir hier einen Cashewbaum ja genau und jetzt ist uns die Erde ausgegangen ich weiß ja ja ich weiß ich weiß ich find's auch gut ich ist auch gut ja gut ähm hm wir haben uns Erdo das kann man mit dem doch zum allmöglichen benutzen ähm ja ähm ja dann mach ich mir ich geh mir jetzt einfach den Stack an dort das ist mir jetzt gut komm dort 64 so also eigentlich muss das reichen ich muss das reichen ne ja genau hier haben wir noch hier haben wir noch einen letztling hier haben wir noch einen letztling hier und hier w яв hier haben wir noch auch noch ne hier noch da 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 haben wir noch da haben wir noch ich kann eigentlich mal jetzt linge ja genau na gut dann noch mal erst mal genau zimtbomb sitzt länger ja da habe ich zwei ja habe ich den eigenen ein eigen nicht wieder zurückwerfen zitrone ist auch wieder truppen kacki auch wieder truppenbaum ich glaubt ja nicht hier sparen wir ziehen und wenn das jetzt noch mal trope wird dann hast du dich aus hat wohl nicht genug platz wo sich so anders hinsetzen wie wäre es mit ihr ich glaube das ist das ein guter platz ja ja eichenholz hallo ja eichenholz endlich mal eichenholz blau olive truppenbaum wieder immer diese truppenbäume ich flieb hier noch aus trope 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 nichts als trope können die sich mal was neues einfallen lassen und eiche ist zwar auch schön besser als trope aber na gut oder kann man sich denken aber bitte mal was andere als trope und eichenholz aber immer noch eichenholz bis als trope kann darf man die vongschwünsch oder was ist hier los ich glaube ich hätte die hier von töd ist oder kann das sein truppe habe ich muss gar nicht schon muss gerade sehr gerne habe ich schon lange nicht das eigentlich auch wieder papaya truppe ich will keine truppe granatapfel ist toll trope ist toll trope ist toll trope ist toll trope ist toll ich feier trope ich feier die trope ne ja habt ihr alle gehört ich feier sie nicht ich hab's kommen sehen ich hab's einfach kommen sehen hier kann doch einer hin feige trope als ob ich es nicht wusste als ob ich es nicht wusste war klar es wird trope das war sowas von klar hatte was klareres habe ich noch nie gesehen das kann ich euch sagen das war das beste was ich je vorher gesehen habe so habe ich mir eigentlich gedacht was sehe ich da oh bauxit nicht schlecht der specht ne nicht schlecht ich setze den baum mal direkt hier ins fassert trope es ist eine trope ich hab's kommen sehen ich hab sowas von kommen sehen ich sag euch ich hab's kommen sehen ich habe sowas von kommen sehen weg da ist das zu nahe ist das zum handel okay gut habe ich auch kommen sehen und selbst wenn das jetzt wieder tropen wird es wurde trope es wurde trope es wurde trope also was von klar es war klar dass es trope wird meine damen und herren es war klar es war klar ich hab's kommen sehen ich hab's kommen sehen ich hab's kommen sehen sehen singen ich gewonnen sehen kirche erste kirche heurika d d d d d d ja ich bin ein bisschen aufgeteilt aber auch nur ein klein bisschen nur ein ganz kleines bisschen na gut vielleicht ein großes bisschen ein sehr großes bisschen aber mehr auch nicht ja auch nicht wir sollten die aufnahme schon fünf minuten haben wir noch habt ihr nicht gesehen nein habt ihr nicht gesehen ich habe nichts vergessen ich habe keine pflanze ich habe keine pflanze vergessen nein habe ich nicht alles ist bereits oben angeordnet hier da fehlt überhaupt keine pflanze da fehlt keine ich wiederhole keine pflanze fehlt da habt ihr verstanden ich hoffe wir verstehen uns da fehlt nämlich keine pflanze da hat nie eine gefühlt ne hat's nicht genau okay wie dann muss ich mal gucken nach dem der wind was können wir denn mal hier auf leveln hier nebenbei drei die graus ist auch bei drei der bauarbeiter ist weil er will vier das macht jetzt einmal auch nichts der wachtturm ist wo ist denn der er ist bei drei ok das baumfäller abend ist bei zwei ok 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 die main ist bei level vier also die die paut am wenigsten die bäckerin ist bei level nummero zwei und der fischer ist bei level nummero zwei genau ich würde sagen wir bauen das holzfäller damit dann aus denn das steht schon hier ewig und ist wozu man das mal ausgebaut hat konnte mal wieder ein update kommen auch wenn die arbeiterin nicht arbeitet mein ja nur größer wird es jetzt auch nicht gut na du dann wollen wir mal gucken was unser lieber bauarbeiter braucht okay 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 bruchstein mal zwei okay bruchstein eichenholz mal 19 was ich nicht habe und nein ich habe keine lust auf nacht steuerung neunzehn neunzehn okay neunzehn 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 So. So. Ach Gott, hier haben wir Holzbratter auch. Ach Gott, hier. Ach Gott, hier. Stufe. So, habe ich auch noch Birke. Ach, verdibbelt. Verdibbelt, verdibbelt, verdibbelt. Ja, es braucht natürlich die Reichenholz. Das ist ja... Es... Ich... Ich habe es kaum gesehen. Na gut. Wir nennen uns das mal Fichtenholz. Da braucht er 27 Stufen, 58 Treppen. Genau. Fichtenholz. Grobe Erde. Ne, erstmal grobe Erde. Oder gut. Erde. Da da bin ich 44 und dann brauche ich ja noch Kies. Kies. Habe ich nicht wirklich viel. Zumindest... Dann hätte ich schon mal ein bisschen was an grobe Erde. Dann muss ich jetzt mal lunzen. Genau, aber hier, da müsste sich ja massig... Ne, hier nicht. Hier müsste sich massig Kies angesammelt haben. Jawohl. Gut, dann habe ich ein bisschen was. Ne. Gut. Gut. Die herzliche grobe Erde kann wieder zurück. Kies. So. Nein. Kies auch. So. Ich finde der Schling auch. So. Hm. Also wie gesagt, Fichte. Da brauche ich ja ein bisschen was, ne. Fichte. Treppe habe ich da. Schon mal ein Anfang. Ist das schon mal ein Anfang. Hier habe ich ein bisschen mehr Fichte noch. Gut, genau. Er braucht 27 Fichtenstufen. 27. 27. Treffe ich noch. Gut. Und noch 56 Treppen. Ach, der, das reicht nicht. Ne. Weil hier noch ganz zu viel Treppen ist. Ja, klar. Ne. Ja. Und das hat er alles schon. Glasscheibe. Glasscheibe. Er hat da vier Stück gebraucht. Nice. Gut. Und jetzt braucht er weiterhin noch Eichenholzzaun. Habe ich das noch? Zaun auf Eichenholz. Ja, da habe ich sogar noch was von. Ne. Ja. Hm. Genau. Ai, ai, ai. Es fehlt halt nur noch hier dieses ganz anderes Zeug. Das kann ich jetzt im Moment leider nicht machen. Na, ja, das ist gut. Ne, ja, die brauchen hier noch ein Rund. Oh, nice. Ne, gut. Hm, dann habe ich schon ein bisschen mehr was an Eichenholz. Ne. Eichenholz-Protter, genau. Ja, er hat halt immer noch Probleme damit, aber. Kann da hier nicht gerade einer? Meine lieben Bewohnern. Nein, Stadt nicht. Okay, habe ich es mir so eingebildet? Habe ich mir das eingebildet? Ja, so zu den Zielen, die wir in der nächsten Zeit noch in Timo dann verfolgen werden, bevor heute die Folge zu Ende ist. Ich gehe ein bisschen in Sachen Achievements weiterkommen. Na gut, das ist ein bisschen schwierig. Dann zu Yu, ich weiß nicht, ob das hier mit den Spielern geht. Das muss ich mal ausprobieren. Meistens ist es auch so. Digga, das haben wir schon, also Subsidien. Ja, das muss ich halt dann nur noch aktivieren und den Nether reisen. Also das ist halt genau bei Industrial Craft 2, dann sind wir eigentlich, ich hielt man es noch ziemlich. Bau Kupferzehnung, Uran jetzt ab. Okay, gut. Den war halt nur auch irgendeine Atombombe. Ja. Das wäre, äh, das, das mache ich ganz weit weg. Ja, Frau, ich habe ein bisschen Wasser, alles aufbauen, eine Bad Bocke, ähm, glänzend. Ja, genau. Fusor Pack, da, also Fusor Pack, da mache ich nichts, das ist nämlich so, äh, ja, er bleibt in der Gistix 2. Ja, da habe ich auch noch so, äh, da habe ich erst, äh, ich achte, wenn ich mitgehe, in einem Zwerg, ja, genau, da, alle ein bisschen was habe ich da schon geschafft, aber das brauche ich ja noch bis. Ähm, äh, immer so viel in der Zübingen, da habe ich eigentlich auch noch gar nichts. Ich bin hier da, open the engineers manual. Ja, mein Colony ist da, können wir im Moment ja nicht weiterreißen. Einige wenige verordnete Seelen, eine gewunde Kolonie benötigt doch. Ja, eine gewunde Kolonie, da brauchen wir zehn Stück von, ja. Dann, äh, woof, ja, dann, you build us, build one hat. Build, build, äh, you build us, build one hundred hat. Alter! Also, es geht ja noch weiter, das darf ja auch nicht wahr sein. Ja, da bin ich schon durch mit dem Miner. Mhm, okay. Garz ist einmal, Gott, ja, yo, guard, kill one mob, hab ich geschafft, und Gott, nee, Moment, hab ich nicht geschafft. Digi, digi, roll, am Bergbauer, ergas. You, mein, das meint, oh, cool, mit 25 ores. You, mein, das meint, oh, ist noch nicht, und das geht doch noch weiter. You, mein, das meint, oh, man, diamond, ja, gut. Und, ähm, hier, um, number six, failed one, three, da bin ich, äh, ja, und wo das hat auf jeden Fall schon, they planted five hundred set, links, da bin ich noch dabei. Also, hat, ist noch nicht passiert. A carrot, äh, ja, genau, Kartoffeln, hammer, hummus, harvest, one potato, äh, toll, let's mix bread. Your farmers, harvest, one thousand, äh, oder 1.000 Weizen, die Bewohner ein Ort zum Leben, an den welcher nobler Herr. Äh, ja, gut. Dann, hier oben, da bin ich dabei, ein besserer Arbeiter, genau, in der Kolonie, bei, oder, ein Rathaus, was für ein König, äh, ja. Gut, am Terror von the Deep, your fisherman is killed by, äh, guardian. Hä? Ach, ach so! Das heißt, don't track the Superman cape, your guard is killed by an Enderman. Äh, äh, you are killed by one of your guards. Ja, da muss, muss er dann, da, wo, das geht schon, hm? It's stopped at the end, your miner falls to their death. Your miner dies, your miner dies in lava. Alles klar, your lumberjack is killed by a tree. Alter, was wollte ich, wenn's das einfach mal sind? Und, is, klar, also, bis zur nächsten Folge. Und, ja. Ja, du, die Folge von, ähm, mein Kolonismus ist wirklich ein bisschen extrem, teilweise, also, naja. Also, damit, ciao. Und, ja, da, 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 da